Ich habe heute ein Foto von meinem ersten Halloween-Look gefunden. Ich blende das am Ende vom Video ein. Jedenfalls war das damals so, dass ich nicht genau wusste, was ich nach der Schule machen soll. Alle meine Freunde haben zum Studieren angefangen und ich wusste einfach nicht was. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal eine Make-up-Artist-Ausbildung zu machen. Das war eigentlich schon immer mein Hobby, also ich habe mich schon immer viel und stark geschminkt. Bei der Ausbildung habe ich dann ein bisschen was gelernt, aber das meiste habe ich mir eigentlich selbst beigebracht. Durch YouTube-Videos und ganz, 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 ganz viel Üben. Puh, ein paar von meinen Looks damals reden wir lieber nicht drüber. Ich habe auch schon auf ein paar Hochzeiten geschminkt, aber das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also ich sitze wirklich am liebsten alleine in meinem Zimmer und schmink mich einfach ein paar Stunden lang. Und jetzt ist das einfach mein Beruf. Verrückt, oder? Seid ihr bereit für den ersten Halloween-Look? Achtung, ein bisschen gruselig!